Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wie ihr es unten rechts schon sehen könnt, kommen heute die Wartungsarbeiten wieder für den Patch 12.2. Dazu wird es natürlich auch nachher noch einen Livestream geben, wo wir das Ganze ausprobieren werden. Und es wird natürlich auch ein Video mit allen Neuigkeiten auf YouTube folgen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir wieder den besonderen Angebote Shop etwas vergrößert. Zusätzlich haben wir den Glücksraser Skin, den letzten Skin aussehend aus diesem St. Patrick's Day Skins. Alle anderen wurden ja schon veröffentlicht, die letztes Jahr das letzte Mal drin waren. Dazu haben wir dann die Smaragd Axt. Als nächstes haben wir den Lay Skin, einmal im Standard und im Modestil. Dann haben wir den Paradox-Scan und die Allsicht-Spitzhacke. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen könnten, natürlich auch gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Wir sind auch ganz, ganz kurz vor den 300 Abonnenten. Es fehlen nur noch 10 Abonnenten. Würden mich auf jeden Fall extrem freuen. Schaut natürlich auch gerne auf meinen Twitch-Kanal vorher, wenn ihr den Livestream nicht verpassen wollt. Auf jeden Fall haben wir zunächst den Equilibrium-Gleiter. Dann haben wir noch den Sakria-Scan. Dazu die Himmels-Lackierung, die Tugend-Spitzhacke und den Malkor-Scan. Dann haben wir noch das Glücksmünzen-Backpack zum Glücksraser-Scan. Dann den Risikos-Scan im Standard-Stil und dann einmal ohne Kapuze. Dann haben wir Extraterrestrial. Und dann haben wir große Flocken. Ich habe die Lackierung tatsächlich noch nie gesehen. Ich war glaube ich zu der Zeit, wo die reingekommen ist im Urlaub. Ist aber wahrscheinlich dann jetzt das zweite Mal im Shop. Soweit kann ich mich zumindest erinnern. Und dann haben wir auf jeden Fall zunächst das Krabbe. Und als letztes noch keine Ahnung. Dann haben wir noch in den besonderen Angeboten den Sargent-Grün-Klee mit der Goldtopf-Spitzhacke. Und der Glücksmuster-Lackierung. Dann dieses Season erneut den Klebeauftrag der Skin mit dem Glücks-Klee-Backpack. Und dann haben wir noch den Echance-Scan mit der Silbersticker-Backpack. Äh, Spitzhacke. Nicht Backpack. Ich denke mal die werden heute auch das letzte Mal im Shop sein. Da ja heute der St. Patrick's Day auch ist. Vielleicht werden mit dem Update nochmal neue Skins reinkommen. Ich denke es aber mal eher nicht. Ähm, ich hoffe euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.